Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Malik Uhrenmaster. Leute, ich möchte euch heute mal eine Nachricht sagen, die wegen dem vorherigen Video, was erschienen ist. Ihr habt was, euch ist vielleicht was aufgefallen, das Video habe nicht ich gemacht. Das hat der Max gemacht, mein Freund. Und der, bei ihm hatte ich nämlich, ich war nämlich mal bei ihm dort zu Hause. Wir haben uns verabredet und dann habe ich bei ihm mein Tablet vergessen. So, daraufhin hatte er das natürlich gewusst und hat mein Tablet genommen und hat ohne mich zu fragen ein YouTube-Video gemacht. Ja, ich wollte jetzt eigentlich darauf nicht große Sachen sagen, aber eben fand ich das blöd. Ich habe es auch erst bemerkt, wo ich wieder auf meinem Tablet online war und stand, ein Like für das neueste Video. Ja, und das war eben sehr, sehr blöd. Trotzdem habe ich mich gefreut, was er da gesagt hat. Es war trotzdem auch nette Sachen gesagt und ja, es ist wahr, dass ich um die Uhr bettel. Ich finde es sehr, sehr schön. Und ja, gut, ich wollte eben diese Nachricht nur sagen. Und wenn ich das nächste Mal bei ihm bin, wir haben auch vielleicht ein neues Projekt gemeinsam. Wir spielen nämlich jetzt auch gemeinsam dieses Playstation-Spiel, was man auch auf dem Computer spielen kann, Ark Survival Evolved und auch Minecraft. Ich glaube, jeder von euch kennt diese zwei Spiele. Und diese zwei Spiele machen wir auch Videos. Die haben wir nur auf meinem Tablet für privat eingestellt. Aber vielleicht können wir sie auch irgendwann veröffentlichen. Irgendwann, wenn die Zeit reif ist und es seine Eltern erlauben. Ja. Gut, so Leute, ich... Hoffentlich hat euch das Video gefallen. War eben nur eine Info. Heute, diesmal. Und... Dann jetzt nochmal ein kurzes Intro zum Ciao sagen. Also einfach nochmal den Westmünster jetzt anhören. Und dann noch ein kurzes Intro zum Beispiel. Untertitelung des ZDF, 2020